Rein statistisch wirst du dieses Video wahrscheinlich nicht bis zu Ende anschauen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nämlich nur noch so lang wie die eines Goldfisches. Während der nächsten Minute, wo ich hier spreche, werden 500 Stunden Material auf YouTube hochgeladen werden. Wenn du alle YouTube-Videos anschauen wolltest, die in der nächsten Stunde hochgeladen werden, wirst du dafür 82 Jahre brauchen. Die Digitalisierung hat uns zur schnellsten Wissensgesellschaft gemacht, die die Welt je gesehen hat. Und gleichzeitig ist aber unsere Kapazität, dieses Wissen zu verarbeiten, nicht größer geworden. Wir haben eine immer größere Menge von Informationen in der gleichen Zeit zu verarbeiten. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn es zum Beispiel darum geht, den Coronavirus zu erforschen und weltweit jeden Tag hunderte von neuen medizinischen Arbeiten nur über diesen einen Virus veröffentlicht werden. Gleichzeitig wird das Wissen immer unübersichtlicher. Unser Gehirn ist ein sehr ökonomisch arbeitendes Organ. Jene Bereiche, die wir nicht aktiv nutzen, werden zurückgebaut. Daran liegt es auch, wenn du irgendwann Englisch oder Französisch gelernt hast oder irgendwas sonst und das nicht immer wieder brauchst, wird das Wissen von alleine wieder weniger werden. Ein interessantes Phänomen ist auch, dass seit wir Navigationssysteme in den Autos oder auf dem Handy haben, wir uns schlechter in Städten oder in der Landschaft zurechtfinden, weil das Gehirn sich auf das verlässt, was es gesagt bekommt von dem digitalen Input. Das ist aber genau ein Problem, denn unser Gehirn hat zwei grundsätzliche Fähigkeiten zu denken, wie der israelische Psychologe und Starautor David Kahnemann in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken aufzeigt. Wir haben ein schnelles, intuitives Erfassen von Situationen und wir haben ein langsames, in die Tiefe verarbeitendes Denken. Und beides brauchen wir. Das Problem ist, in der digitalen Zeit fällt uns das langsame und tiefe Denken immer sch... Ah, jetzt ist gerade eine Nachricht gekommen. Ah, genau, weil wir immer leichter abgelenkt werden von irgendwelchen Dingen, die piepsen oder summen oder aufploppen. Das Problem ist, diese Ablenkungen sind nicht neutral, sondern wir werden süchtig danach. Es gibt Versuche danach, dass Menschen es schwerer fällt, sich länger zu konzentrieren, als sich freiwillig nach einigen Minuten einen harmlosen Elektroschock zu geben, den sie normalerweise nicht gerne hätten. Das heißt, für uns ist Langeweile schwerer zu ertragen als ein gewisses Level von körperlichem Schmerz, jedenfalls, wenn wir es nicht gewohnt sind. Langeweile auszuhalten aber, oder man kann auch sagen, die Abwesenheit von Ablenkungen auszuhalten, ist auf der Grundlage von allem wichtigen Menschheitswissen. Nun, was passiert mit den digitalen BIMs und Bungs und Ablenkungen? Es gibt einen Kreislauf in unserem Gehirn, der mit unserem Botenstoff Dopamin zu tun hat. Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn man was Neues findet, wenn man irgendwas entdeckt. Wenn du eine neue Nachricht bekommst, oh, das könnte die Nachricht von meiner Geliebten sein, oder oh, wow, das könnte was Interessantes sein, was ist hier schon wieder in der Welt passiert? Schau dir dieses Video an, schau dir dieses Foto an. Und Dopamin wird umso stärker ausgeschüttet, wenn etwas farbig ist und wenn sich etwas bewegt. Und das ist seit dem Jahr 2012 besonders so, denn seit 2012 haben mehr als die Hälfte aller Menschen im Westen ein Smartphone. Ein Smartphone, also das uns mit kleinen Dosen von Dopamin belohnt, dass wir ein Bild sehen, dass wir auf irgendwas draufklicken, dass wir uns irgendwas reinziehen, was uns ablenkt. Das Problem bei Dopamin ist, dass es so funktioniert wie jeder andere Suchtkreislauf auch. Man braucht immer mehr davon. Wenn nach ein paar Minuten nichts mehr kommt, der Kick nachgelassen hat, braucht man eine neue Ablenkung. Wenn wir uns aber ständig ablenken, bleiben wir gedanklich an der Oberfläche. Manche reden sich das schön und sagen, das ist ja Multitasking. Ich mache viele Sachen gleichzeitig. Multitasking ist aber ein Mythos. Wer wirklich gut multitaskt, sind Tiere in der freien Wildbahn, die bedroht werden. Die müssen die ganze Zeit schauen, ob vielleicht irgendwo ein Löwe ist, der mich fressen möchte. Wenn ein Tier in Sicherheit ist, kann es runterfahren. So ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir in einem Modus bleiben, wo wir ständig Ablenkungen erwarten, können wir uns nicht in der Tiefe auf etwas einlassen, weil wir in einer inneren Halbachtstellung sind. Alle tiefen Errungenschaften unserer Kultur verdanken sich aber einer tiefen Aufmerksamkeit. Jedes Buch, das je geschrieben wurde, jede Erfindung, die gemacht wurde, jeder medizinische oder technologische Fortschritt, ist der Tatsache zu verdanken, dass eine Person oder mehrere Personen sich über längere Zeit hinweg auf eine Sache fokussiert haben. Und genau das fällt uns in der Digitalisierung immer schwerer. Nun, was ist meine Theorie? Meine Theorie ist nicht, dass die Digitalisierung schlecht ist oder gut ist. Ich habe in meinem neuen Buch, das Eden Culture heißt, allgemeine Zukunftstrend erforscht, und mir die Frage gestellt, was brauchen wir, um auf menschlicher Ebene überhaupt noch als Gesellschaft gesund zu bleiben. Und ich möchte gerne mit euch in dieser Videoserie in einen Dialog eintreten. Wenn du der Meinung bist, Harald, du siehst die Digitalisierung viel zu negativ, schreib das in die Kommentare, lass uns gerne diskutieren. Es geht nicht um eine Verteufelung von irgendwelchen Zukunftstrends, sondern um die Frage, wie wir sie gestalten können, dass sie menschheitsdienlich sind. Und darüber geht diese Serie von Videos, die ich Futur 3 genannt habe. Abonniere diesen Kanal, wenn dich die weiteren Videos dazu auch interessieren. Und einer dieser Trends ist eben Digitalisierung. Und einfach nur zu sagen, Digitalisierung ist wunderbar und die Kinder sollen möglichst früh iPads bekommen und möglichst früh digital sich auskennen, ist nur ein Teil der Wahrheit. In den 40er Jahren haben die Leute auch gesagt, oh, Rauchen ist eigentlich gut oder zumindest nicht schädlich und stimuliert. Ein paar Jahrzehnte später sehen wir das deutlich kritischer. Genauso ist es mit anderen Sachen wie Alkohol auch. Wir haben erst im Laufe der Geschichte herausgefunden, welche Gesundheitsschädigungen damit verbunden sind. Genauso wird es mit der Digitalisierung auch sein. Das heißt nicht, dass du keinen Alkohol mehr trinken darfst, aber du musst einen gesunden Umgang damit lernen. Und genauso ist es bei der Digitalisierung auch. Es gibt eine Fähigkeit des menschlichen Geistes, die man Kontemplation nennt. Das kommt eigentlich aus dem religiösen Kontext. Im Christlichen gibt es die Vorstellung, dass der Mensch in eine tiefe Betrachtung eintreten kann, wo er letztendlich bis zu dem Wesen der Dinge hindurch schaut, ja tatsächlich sogar Gott sehen kann. Diese spirituelle Praxis verdankt sich einer tiefen Konzentration. Es ist so ähnlich wie Achtsamkeit und Wahrnehmung und Meditation auch. Aber es ist ein Blick, der liebend verweilt auf dem, das da ist. Und ich glaube, dass wir für die Zukunft nichts Dringender brauchen werden als diese Fähigkeit. Wir brauchen Analoges, die Fähigkeit uns zu konzentrieren, Bücher aus Papier zu lesen, die übrigens von unserem Gehirn her besser verarbeitet werden als E-Books. Wir brauchen die Fähigkeit uns zu fokussieren und wirklich in die Wahrnehmung zu kommen, um fit zu werden für das, was im Zuge der Digitalisierung auf uns zukommt. Ich glaube, wir Menschen sind keine Maschinen, wir sollten auch keine werden. Und deshalb werbe ich dafür, bewusst Analoges, Stille, Kontemplation, Gebet, Ruhe einzubauen ins Leben. Denn nur so bleibt das menschliche Leben lebenswert und tief und echt und ganz. Denn echte Begegnung findet im echten Leben von Angesicht zu Angesicht statt. Wie gesagt, wenn du anderer Meinung bist, schreib in die Kommentare, lass uns gerne darüber diskutieren.